Hallo und herzlich Willkommen zum Simutrans Euro Europa Let's Play. Pferde? Da haben wir gar nicht gepasst. So, was machen wir denn diese Folge? Ich würde sagen... Ein paar Busse. Also, mal gucken wir hier in die Busse Richtung Athen, Thessaloniki und Kalamata fahren. Wir sehen hier Helsinki, Mariahamn auf Arland. Arland gibt es also anscheinend eine Landverbindung, ist eigentlich eine Insel, aber... Very interesting. Dann habe ich auch eine Brücke gebaut. Ah ja, durch das Update wurden übrigens diese hässlichen Holzbrücken durch steilen Brücken ersetzt. Finde ich schön. Habe ich doch... habe ich eigentlich vorher schon gesagt. Schöne Brücken. 24.000... Ah, diese Brücke raus wird wahrscheinlich... Die Holzbrücken waren billiger. Uh... Gewinn steigt gut. Asalefatz braucht. Gleich zum letzten Monat mehr Gewinn. Das heißt, das neue Zug... Jetzt... Rendiert sich... 107.000... 406.000... Oh, scheiße. Das steht jetzt wahrscheinlich dumm in Berlin. Ja. Der andere Zug kann nicht kommen. Wo ist der andere Zug gebaut? Da. Der steht in Kiew. Ne. Der andere Zug gemeinsam. Nicht, dass es stehen. Ja. Hier kommen. Busse nach Königsberg... Berlin... und nach Köppen haben. hier fahren die busse nach albork ob morgen bei regi und amsterdam kann eigentlich hier noch mal genau wie muss bauen oder wo brauche ich jetzt mal die wichtigsten städte schon angebunden ich würde mal sagen lila hammer eine stadt heute mal nur uns gibt es bald keine folge 100 soll dann sich letztendlich ein spaß radhauer das war das gab bestimmt für den herren der das in rad in oslo ist oder auslöhn da scheiden sich ja die geister ich persönlich benutze mal dass man das worauf ich gerade lust hat kommt zuerst im alphabet also lila hammer oslo die andere fraktion zufriedenzustellen nah hier war doch gerade ein depot da auf den bergen bei bergen denn das muss ich einfach bringen wie lila hammer kopieren einmal post einmal passagier auslöhn nach goethebork brauchen wir noch mal einer erst mal nur sind denn schon auf der linie schon der eine noch ja macht sich denn hier inzwischen diese russlinien erinnerung antiert sollte sich bald hier die dampfer machen eigentlich gewinnt trotzdem ist die linie rot wollen so viele leute mit ich möchte auch kein draufsetzen auch muss ich aber muss ich jahre a pico große natürlich sind hier eigentlich schon große trau die alten ja dann dahingehend aufrüsten fahrten die denn vor führern denn die alten kapazität wo ja brauche ich ja nicht nutzt da brauche ich ja nur zwei also eigentlich sogar nur ein aber zwei sollten auf so einer langen linie schon fahren du fährst nicht nach kork sondern nach stornoway nicht nach kork sondern nach plümmeth einmal runter stornoway hafen ist überfüllt hier stand ja von mir auch mal abreisen um geld zu sparen wie viel kostet denn so was weiß ich nicht glaub nicht so viel sonst wäre ich längst mal krott war die schiff aber viel gekostet wie sie wird uns ein er das ist viel war und 6 hat begonnen während beifuß ich mache hier einfach jetzt die folgen kürzer und dafür kommt davon auch jeden tag genau wie von cellar ist da kann ich drei videos am tag bringen diesen tag an dem ich das hier aufnehmen sind sowieso drei videos gekommen ich habe gar nichts und dann meint dann kommt drei das ist ebenso ein netter bonus sehr lachs als hauptprojekt und die anderen als bonus projekte und vielleicht wird das europa letzt bledern in lachsburg dann würde ich jetzt die folge beenden und sage bis zur nächsten folge